Ne, es ist gerade ein lustiges Publikum. Ihr habt die komischen Leute nach vorne gesehen. Also es ist okay, hier, das ist eine Zeit. Ich würde schon sagen, das ist wirklich, also, was ist da, die Weltkriege? Und dann, man muss morgen raus wieder arbeiten. Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht darf ich sagen, ich frage, in welchen Gewerkschaft du bist. Das ist ja von den beiden in der Richtung.